Wird das ne Razzia? Das Gesocks aus dem obersten Stock, stimmt's? Wir reichern sie aus. Den blassen wir ordentlich die Masse, yes. Was geht da ab, Adi? Was soll das, verdammt? Sie kommen uns holen. Ich weiß, dass wir mit euch ne bessere Chance haben. Deine Freundin da, kann die mit ner Waffe umgehen? Lass mich bloß nicht an! Bin ich einer von nur wenigen hundert, die entkommen konnten? Ein wahres Gemetzel mit Kapstern. Hier ist kein Platz für deine Befindlichkeit. Hierdang! Kommt hier, ihr Arschlöchter!